Frühling 2017 Neue Mode, junger Schmuck und wunderschöne Frisuren Die Sendung wird präsentiert von Friedrun Schlagbauer, die Herrenmaßschneiderei. Guten Abend und danke für die Einladung. Zu Gast in der Sendung Susanne Christ, Goldschmiedemeisterin aus Ochsenfurt. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Astrid Lanomia, Friseurmeisterin aus Kitzingen. Vielen Dank für die Einladung auch, natürlich schöne Grüße an Euch. Vielen Dank für die Einladung.